Hey Leute, willkommen zurück auf Sportbox. Ganz kurz nur, ich habe eine ganz kurze Sache. Wir haben im Moment zwei Schuhe und zwar einmal die neue Messi-Farbe und einmal die neue Ronaldo-Farbe. Die Frage ist ganz einfach, welchen findet ihr cooler? Ich weiß echt nicht, wer der bessere Fußballer der Welt ist, aber welche Schuhe ich cooler finde. Ich verrate es euch unten über die Comments. Mich würde aber interessieren, was seht ihr derzeit vorne? Den Messi-F50 oder den von Cristiano Ronaldo, die Gala 2 Edition? Vor allem geht es mir hierbei um den Log. Welchen findet ihr einfach cooler? Lasst es mich wissen, vielleicht mit einer Begründung. Vielleicht aber auch, wen seht ihr im Moment als besseren Spieler der beiden? Lasst es mich über die Comments wissen und dann bleibt sportlich, bleibt der Sportbox. Bis zum nächsten Mal.